Kamma-Vadin, einer der über das Handeln und das Tun und das Verhalten spricht und über die Konsequenzen, die Wirkungen von Handeln, Tun und Verhalten. Das sei ein zentrales Element seiner Darlegung. Und dann sagt er auch noch, er sei ein Vibhatschavadin, ein Unterscheidender. Er unterscheidet, was heilsam ist und was unheilsam ist. Und dann sagt er eine ganze Sequenz von Begriffen, die alle zu tun haben mit Energie und mit Absicht. Er sei ein Kiryavadin, das ist ein Tun, das ohne Konsequenzen ist. Das heißt, dass er ein Tun ist, das karmisch weder heilsam noch unheilsam ist. Und das dennoch ein Tun ist. Und er sagt, er sei jemand, der Energie darlegt. Er sei ein Viryavadin. Nicht ein anstrengungsloser, es reicht, wenn ich es beobachte, nur schön ruhig bleiben. Vadin, sondern er sei jemand, der zupackt und Energie aufbringt und sie in einer unterscheidenden Weise einsetzt. Jetzt wenn wir wissen, dass das, was Tun und Verhalten und Handeln ist, aus der Sicht des Buddha, dann verstehen wir, dass das, was unser Tun und Verhalten und Handeln ausmacht, das ist die Absicht, die diesem Tun und Verhalten und Handeln vorausgeht. Das ist dort, wo wir die Wahl treffen. Der Buddha hat sich herumgebalgt mit seinen Zeitgenossen. Einige davon gibt es noch heute, die Jainas. Und eine berühmte Auseinandersetzung mit den Jainas war, welcher Aspekt des menschlichen Daseins der gewichtigste sei, was die Wirkungen unseres Tuns angeht. Die Jainas waren der Ansicht, das ist der Körper. Das, was wir mit dem Körper machen, das ist im gewissen Sinne das wirkungsmächtigste. Das hat die gravierendsten Konsequenzen. Also wenn wir mit dem Körper gut sind, dann ist es besonders heilsam. Und wenn wir mit dem Körper nicht gut sind, dann ist es besonders unheilsam. Und der Buddha hat Fehlgefunden an dieser Darlegung und Vade hat die Überzeugung vertreten, dass das, was wir mit unserer Absicht tun, die gewichtigste Konsequenz nach sich zieht. Im heilsamen wie im unheilsamen Sinn. Jetzt, was taucht auf, wenn wir uns hinsetzen? Wir haben es zu tun mit einer Reihe von Ebenen in Absicht. Es gibt Impulse, die einfach auftauchen. Aber diese Impulse, die sind eingebettet in unsere erklärten Absichten. Und es mag helfen, dass wenn wir eine geklärte Absicht haben, mit der wir etwas tun, dass wir Impulse, die auftauchen, die dieser Absicht vielleicht widersprechen oder zuwiderlaufen in sonst einer Weise, dass diese einfach abgewettert werden können. Kraft unserer Absicht. Also wenn wir uns entschieden haben, etwas zu tun und die feste Absicht bekräftigt haben, dann heißt das nicht, dass wir keine konkurrierenden Impulse erleben. Durchaus möglich, dass wir sagen, nein, ich gehe jetzt nicht in den Kühlschrank, ich will abnehmen und dann sagt eine Stimme, da ist aber ein Schokoladmuster drin. Dann sagt die eine Stimme, nein, und die andere Stimme sagt, wer nicht genießt wird, ungenießbar. Wer war das? Wer hat das gesagt? Der Buddha oder Konstantin Becker? In jedem Fall ist es richtig. Also es ist durchaus möglich, dass wir bei aller erklärten Absicht zuwiderlaufende Impulse erleben. Und dann gibt es einen kleinen Dialog, ja, der Schwarze und der Weiße, die Gute und die Böse und was immer ihr haben wollt. Wenn ihr das allzu schwarz und weiß malt, dann ist das ein ziemliches Ringen. Beide sagen ich, beide säuseln, drohen, versprechen. Wir kennen das. Das Chitta, das Herz, der Geist sind widersprüchlich. Wir wollen widersprüchliche Dinge. Wir wollen alle kannt und gesehen werden, aber wir wollen zugleich auch bescheiden und zurückhaltend sein. Und das gibt eine konfliktierende Kurve irgendwo. Unsere Interessenlage ist komplex und wir sind nicht gefeint von höchst konkurrierenden und widersprüchlichen Wünschen in unserem Herzen. Jetzt etwas, was das Abwettern hilft, ist die geklärte Absicht. Dass ich bekräftige, was in meinem Leben wichtig ist oder was in meiner nächsten Dreiviertelstunde jetzt Gegenstand meiner Aufmerksamkeit sein soll. Solche Sachen helfen. Das heißt, wenn ich beginne, diese Übung aufzugreifen, dann ist es wichtig, dass ich meine Absichten kläre. Immer wieder. Und dass ich bereit bin, den Impulsen, die diese Absicht möglicherweise zugutetun oder diese Absicht möglicherweise abträglich sind, dass ich diese Impulse mir vergegenwärtige. Dass ich das merke und dass ich bereit bin, das auszuhalten, wenn Konflikt in meiner Psyche stattfindet. Wenn wir Konflikt nicht aushalten, dann gibt es zwei Optionen. Wenn wir Konflikt nicht aushalten, dann heißt das entweder, dass wir einfach dem jeweils dominanten Impuls nachlaufen. Das nennt sich dann natürlich und organisch oder spontan. Oder dass wir Kontrolle einsetzen. Dass wir einfach sagen, nein, gibt nicht. Kein Konflikt, keine Diskussion, kein Dialog. Die Entscheidung bleibt unwiderruflich. Du darfst nicht sein, Konflikt. Dann haben wir so eine diktatorische Übunginstanz und die knüppelt dann durch. Beides ist, wie ihr zeitlos wisst, nicht sonderlich ersprieselig. Das Letztere hört sich ein bisschen heroischer an und das Erste ein bisschen, sagen wir mal, lebenszugewandter. Aber beides ist nicht wahnsinnig wachstumsförderlich. Also muss es uns irgendwie gelingen, dass wir eine ganze Reihe von streunenden Impulsen aufzufangen vermögen und dennoch eine allgemeine Richtung, eine erklärte Absicht, sagen wir, bekräftigen in unserer Übung. Ich muss eine Bereitschaft geben, erstens mal zu erklären, was wichtig ist, was ich tun will, wie ich handeln, wie ich mich verhalten, wie ich zugange gehen will. Und zweitens muss es eine Bereitschaft geben, dass es da Widerspruch gibt, dass es Opposition, Dissidenz gibt in meinen vielen Willensstimmen. Und das kann ich nur tun, wenn ich bereit bin, was auszuhalten, wenn ich bereit bin, zuzuhören, wenn ich bereit bin, das ganze mühsame Geschäft von parlamentarischer Demokratie auf mich zu nehmen. Das dauert lange und da sind immer welche Hinterbänkler, die nicht mitmachen. Manchmal sind die konstruktiv kritisch und manchmal sind sie einfach rentent und verknöchert. Heute gibt es immer welche, die nicht das Heil des Ganzen im Auge haben, sondern ihre schrulligen Eigeninteressen vertreten. Wir alle wissen das. Das ist schwierig. Es ist schwierig, Konsens zu finden. Wenn ihr je versucht, mit Leuten über sieben, die Anzahl sieben scheint die magische Größe zu sein, mehr als sieben Leuten Konsens zu finden in Entscheidungen. Ich habe 20 Jahre in Klöstern gelebt, wo man sich Konsensusentscheidungen quasi auf die Flagge geschrieben hat. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Nicht einfach eine knallharte Mehrheitsdiktatur, 51 Prozent und das war es im amerikanischen Sinne, sondern wirklich Konsens ist sehr schwer. Das ist sehr schwer zu finden. Konsens zu finden in unserem eigenen Herzen für das, was wir tun wollen und wie wir handeln und uns verhalten wollen, ist noch schwerer zu finden, weil wir höchst fluktuierende Interessen haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Absichten klären, dass wir uns klar machen, wenn wir uns hinsetzen, dass wir das machen, nicht zur Selbstoptimierung oder zur Minderung meiner Neurosen oder zur besseren Rückhaltefähigkeit von Telefonnummern oder was auch sonst. sondern dass wir klar machen, ich übe Meditation, um dieses Herz zu befreien. Lasst uns mit großen Visionen, lasst uns mit mutigen Absichten beginnen, dass wir dieses Herz wirklich befreien von seiner Unwissenheit, von den Viparyashas, von dem Begehren, von der Abneigung, dass wir dieses Herz frei machen. Und um eine solche Absicht zu bekräftigen, um sie aufrechtzuerhalten, um sie zu beleben, braucht es Energie. Da wird es dann auf einer anderen Ebene psychologisch interessant. Wo geht meine Energie hin? Das ist eine gute Frage. Wobei bin ich wach? Wo bin ich immer besonders schläfrig? Wofür habe ich Interesse? Das ist eine Form von Energie. Vitalität, das ist eine Form von Energie. Es muss uns, jenseits davon, was wir denken, sei gut oder wäre gut, muss es uns irgendwann mal zu interessieren beginnen, wo unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unser Interesse hingeht, im Laufe eines Tages. Und wo die Energie wegbleibt. Es gibt viele Formen von Wegbleiben von Energie. Manchmal merken wir das einfach, dass der Geist sich zerstreut, Ablenkung sucht. Weil die Energie nicht da ist, sucht der Geist ins Geheim irgendetwas, was ihn beruhigt. Mit anderen Worten, ich suche mir kleine Problembereiche, die ich lösen kann, in denen ich Lösungen produzieren kann. Das ist immer beruhigend. Das sagt implizit, ich bin einer, der Dinge lösen kann. Und ich suche mir dann die richtigen Problemchen, die gerade so machbar, lösbar sind. Das ist sehr beruhigend. Oder ich suche mir einen Bereich, wo es mir einfach gut geht. Ich tue Dinge, die ich gerne tue. Oder ich tue Dinge, die ich ohne zu denken tun kann. Oder ich tue Dinge, für die ich bewundert werde. Oder für die ich, ich lasse mich gerne brauchen, vielleicht. Ich tue Dinge, wenn es mich beruhigt, gebraucht zu werden. Dann lasse ich mich gerne brauchen. Und das fühlt sich dann gut an. Oder ich lasse mich gerne nicht brauchen, weil sich das nicht gut anfühlt für mich. Und dann tue ich genau die Dinge, wo mich keiner braucht, wo ich mein eigenes Ding mache. Wir haben also einen Haushalt von Energien, wo unsere Wachheit, unser Interesse, unser Fokus, unsere Vitalität hingeht. Und irgendeinmal ist es notwendig, dass wir uns fragen, wo das ist. Unbesehen unserer Ideologie. Ideologie sagt, guter Buddhist mag alle Leute, bemüht sich um Mitgefühl, aber hat eine Schwäche für Hahnenkämpfe. Energie geht dorthin. Ich habe ja viele Jahre in einem Land gelebt, in dem es leidenschaftliche Hahnenkämpfe gibt. Thailand, Buddhismus, liebevolle Güte, jedes Kloster, aber dann Hahnenkämpfe. Männlicher Teil der Bevölkerung, erstaunlich faszinierbar für Hahnenkämpfe. Ziemlich erstaunlich, wenn ihr aus der Schweiz kommt, wie ich, und dann diese Hahnenkämpfe. Eine so faszinierend darstellen. Also offensichtlich gibt es da Energie, die irgendwie in was reingeht, das mit Hahnenkämpfen zu tun hat. Während wir alle lieb sind und Harmonie pflegen, wie das thailändische Kinder lernen von klein auf. Aber dann gibt es eine wahnsinnige Faszination mit Pach, mit Power und Macht und Kampf und Wettbewerb. Da muss man vielleicht nicht ganz bis Thailand gehen. Ich denke, das ist schon hier, das steht hier schon am Schwingfest, am Brünig wahrscheinlich. Das gibt es. Das riecht schon ein bisschen nach Hahnenkampf. Also, wenn ich merke, dass mein Interesse in diese Dinge geht, statt eines moralisierenden Pui, 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 oder hoffentlich hat es niemand gekriegt, nicht, ja, wie das Glitzern in meine Augen gekrofft ist, sondern, okay, da ist offensichtlich etwas, was mich vitalisiert. Was kriege ich da? Was passiert hier? Deshalb ist das interessant. Wir lernen, wo diese Energie hingeht. Das ist die leichtere Variante der Übung. Die schwierigere Variante der Übung ist, herauszukriegen, was dort passiert, wo wir keine Energie haben. Das ist schwieriger. Als Meditierender kennt ihr Zustände, denen es dritte Hindernis gehört, ja, Thinamida, Schläfrigkeit, Martigkeit, Taubheit, Stumpfheit. Die hat viele Ausprägungen. Eine davon ist einfach einschlafen, ja, eine davon ist so ein Wartegefühl und dabei aufrecht bleiben. Eine ist einfach nicht spüren. Einer ist so säuselnd in eine Traumwelt gehen. Und dieses auch gilt es zu untersuchen. Das ist dann die Kehrseite dessen, was mich interessiert. Dass ich mich aktiv bemühe zu verstehen, wo meine Energie abdreht. Jetzt Energie dreht aus vielen Gründen ab. Sie kann abdrehen, weil nicht genug Absicht da ist. Weil nicht mein Meditationsobjekt möglicherweise nicht klar genug ist. Energie kann abdrehen, weil zu viel Absicht da ist. Und etwas in meinem Geist sich wehrt gegen diese allzu willentliche Beschäftigung mit einem Einzelaspekt meines Erlebens. Meine Schläfrigkeit ist so etwas wie eine Notbremse. Wenn ein Teil meines Geistes einfach untergepflügt wird von einem anderen Teil meines Geistes, der sagt, du musst jetzt auf Retreat. Okay. Jetzt. Nächste Woche. Gleich geht's los. Und dann. Du musst auf. Du musst teilnehmen. Du musst mitmachen. Und da gibt es Teile von uns, die das nicht wollen. Und wenn diese Teile allzu nachhaltig einfach untergepflügt und übertömpelt werden, dann wehren die sich so auf die passiv-aggressive. Die sagen, du kannst mich zwar dorthin schicken, du kannst mich da morgen aufreißen, du kannst mich in die Halle runterführen, aber wenn ich da mal still sitzen soll und mich sammeln soll, dann mache ich nicht mit. Du kannst. Und was immer du glaubst zu können, du kannst mich mal. Und dann schlägt es ein. Das ist eine Sorte. Das ist zu viel Absicht, zu viel Wille, zu viel Fokus. Wenn unverhandelte Entscheidungen über zu viele Wesensanteile in unserer Psyche hinweggeknüppelt sind, dann wehrt sich das, was da niedergeknüppelt wurde. In einem Moment, wo wir das bräuchten, damit dieser Geist sich entspannt und sammelt. Manchmal kommt die Müdigkeit zustande, weil wir etwas begegnen, das uns schmerzlich ist. Die hellere Absicht, verstehen, durchschauen, auflösen, transformieren, sublimieren. Dann kommt irgendeine Schmerzlichkeit, die wir in ihrer Schmerzlichkeit gar nicht die Geduld haben, überhaupt zu ertragen oder zu begegnen. Wir wollen sie einfach gleich lösen. Das sind Leute, die gar nicht erst zuhören, die Probleme schon lösen, bevor sie überhaupt kopiert haben, worum es geht. Ihr kennt solche Leute sicher. Und das klappt nie. Bevor man etwas verstehen und durchschauen und auflösen kann, muss man überhaupt bereit sein, es zu haben in seiner Problemfassung. Man muss überhaupt bereit sein, dahin zu gehen, wo es eigentlich stattfindet. Und wenn das zu schnell, wenn wir zu lösungsorientiert sind, dann verbirgt sich hinter dieser sogenannten Lösungswunsch, verbirgt sich oft eine Ungeduld oder eine subtile Aversion, es überhaupt gar nicht haben zu wollen. Und während ich mich glaube, um eine Lösung zu bemühen, lebe ich einen subtilen Aspekt von Aversion aus. Ich will es eigentlich gar nicht. Oder einen subtilen Aspekt von Viparatan, vom Wunsch, dass etwas verschwindet. Die Reaktion darauf kann sein, dass unsere Psyche wie die Notbremse zieht und einfach die Energie wegnebt. Jedes Mal, wenn ich in dieser forschen oder allzu nass forschenweise an das rankomme, was ich zu Gründen vorgebe, aber dass mein Tempo oder meine Haltung nicht angemessener ist, dann läuft mir die Energie weg. Und es wird einfach alles wahnsinnig schwierig oder wahnsinnig kompliziert oder wahnsinnig mattig. Und dann findet eine Art Benebelung statt und das nächste bewusste Geistmoment ist der Klang der Glocke, das Ende der Meditation. Das ist eine Möglichkeit, ein Grund für Müdigkeit. Ein anderer Grund für Müdigkeit ist Aversion. Oft verschleppt, verschleppt sich oder versteckt sich hinter Müdigkeit, so etwas wie Aversion. Und es ist ganz attraktiv, wenn ich Aversion spüre, als unangenehme Erfahrung, dass ich mir das mildere, indem ich einfach müde werde. Müdigkeit ist zwar nicht sehr hohen Woll, aber es ist auf jeden Fall angenehmer als da sitzen und so ein unterschwelliges Grollen von sich geben und so leicht brodeln und in Aversion schmuren. Müdigkeit ist angenehmer als das. Und deshalb, es bricht die Kanten, es nimmt das Schmerzliche, es weicht die Konturen auf, es tut weniger weh, mit anderen Worten. Und deshalb ist Müdigkeit plötzlich attraktiv. Manchmal hat Müdigkeit, das zu tun, mit einem Ungleichgewicht unserer Ambition und den tatsächlichen Ressourcen, die da sind. Also zum Beispiel mag meine Psyche entscheiden, dass es nicht sicher genug ist hier, dass ich nicht genug Unterstützung habe, dass ich nicht genug Zeit habe, dass da Umstände sind, in denen ich mir nicht erlauben kann, etwas tiefer anzugehen, etwas tiefer zu erleben. Und wenn ich dann noch ein bisschen so ambitiös, ambitioniert bin, dann kann sich meine Psyche manchmal dem Druck dieser Ambition entziehen und einfach sagen, jedes Mal, wenn er dort in die Nähe kommt, wird es ganz schleifrig. Wir können ihn da jetzt nicht reinlassen, der Pass, das ist nicht, das ist nicht die richtige Ort, die richtige Zeit, die richtige Umgebung, damit ich mich mit dieser Sache dort wirklich tief beschäftigen kann. Dazu brauche ich mehr Zeit vielleicht. Wir müssen nächsten Montag wieder funktionieren und er macht ein Wochenendretreat. Die großen Kisten werden nicht ausgepackt, ganz einfach, weil es nicht geht. Ihr könnt da nicht rein, ohne, dass ihr an den Nähten aufgeht für eine Weile und wenn ihr Montagmorgen wieder funktionieren müsst, dann weiß etwas in euch, dass das nicht geht, unbesehen davon, was euer Neokortex sagt und was eure Ambition sagt. Etwas in euch lässt euch nicht ran. Und eine Möglichkeit euch davon abzuhalten und die schmerzliche Sache ran zu gehen, ist einfach, ihr werdet in Schlaf versetzt, jedes Mal, wenn ihr in die Nähe kommt. Die Psyche hat gelernt, sich zu schützen, indem sie einfach bremst. Anders, es gibt auch die ehrbare Müdigkeit, wenn ihr nicht schläft oder wenn ihr zu viel esst oder wenn ihr zu lange dran seid, das gibt es auch. Es gibt auch Müdigkeit, die einfach mit Müdigkeit zu tun hat. Nicht alles ist Verdrängung oder mangelnder Fokus oder zu viel Fokus oder Aversion kaschiert. Aber die ehrbare Müdigkeit, die lässt sich relativ leicht rauskriegen, wenn ihr hellwach werdet, sobald die Glocke klingt oder wenn ihr hellwach seid und irgendjemand sagt, meditieren und dann werdet ihr wahnsinnig müde oder sobald ihr euch hinsetzt, werdet ihr wahnsinnig müde und dann geht ihr raus und es ist Essenszeit und ihr seid kein bisschen müde, dann gibt es schon so ein Verdachtsmoment, dass diese Müdigkeit etwas Strategisches hat und nicht einfach ehrbare Erschöpfung ist. Ich möchte euch bitten jetzt so, denkt ein bisschen nach, spürt ein bisschen nach, wo eure Energie herkommt und wo sie hingeht, wo ihr besonders wach seid, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid besonders vitalisiert, wo es ein bisschen knistert, wenn ihr den Fokus eurer Aufmerksamkeit bewegt und wo es einfach matt ist und wattig und so Weichzeichen am Bildrand, ja. Achtet ein wenig darauf und wenn ihr Muster habt, ihr seid einige von euch eine ganze Weile schon dran, wenn ihr Muster habt und Rhythmen, spielt ein bisschen mit diesen Mustern und Rhythmen in eurem Tag, wann ihr aufsteht, was ihr macht nach dem Essen, welche Abläufe ihr pflegt. Oft setzen Änderungen in diesen Rhythmen Energien frei, ja. Wir sind erstaunlich, wir sind Gewohnheitstiere und Rhythmen können uns helfen, Dinge durchzuhalten, aber zugleich binden Rhythmen auch Energie und ein kleines Verschiebenen an einem Rhythmus setzt oft Kräfte frei oder oft klären sich Perspektiven und die Wolken lichten sich. Wenn wir etwas Ungewohntes tun, mindestens einmal am Tag sollte man etwas Ungewohntes tun, und was immer euer Energie oder Müdigkeitsmuster ist, was immer ihr feststellt an euch, seid euch nicht zu gut, untersucht es, fühlt euch nicht super, wenn ihr viel Energie habt und unangreifbar und seid nicht beschämt, wenn ihr wenig Energie zu haben glaubt oder wenn ihr schläfrig seid, kümmert euch nicht um diese Dinge in Begriffen von das sieht schlecht aus oder ich schäme mich, sondern untersucht sie, es ist keine Schande, es ist leicht gut auszusehen, wenn man viel Energie hat, aber niemand kann immer viel Energie haben, versteht ihr? Und nachzuspüren, wo die Energie herkommt, das heißt, wo mein Interesse, meinen Neigungen entsprechend hingeht, hingeht, wo meine Aufmerksamkeit, meine Neigungen entsprechend hingeht, wo ich besonders wach bin bei und das Gegenteil, wo ich besonders schnell durch will, wo ich besonders wenig Energie spüre, was mir besonders wenig enthusiastisch erscheint. Das sind sehr, sehr aufschlussreiche Betrachtungen. Nehmt die mit in eurer Meditation, außerhalb eurer Meditation. Interessiert euch dafür. Das ist sehr aufschlussreich. Gut.